Das ist Limpkicker Madame Roux, das ist Schweres Rot von Kardinsky, hier noch Ballerina von Degas und als letztes Pablo Picasso. Von der anderen Seite habe ich jetzt hier, das sieht schöner aus. Pass 2345678 in Karo. Nenn mir doch mal eine Karte für Sie. Welche willst du haben? Karo 6. Karo 6 wäre in dem Fall der blaue Reiter von Franz Marag. Die ganze Zeit liegt da so eine schwarze Schachtel. Nimm sie mal in die Hand. Die Schachtel oder die Schachtel? Ja, hier, das Läppchen. Und öffne das mal. Was ist da drin? Der blaue Reiter. Der blaue Reiter von Franz Marag. Ja. Superschön. Und jetzt nimm die Karte mal raus und schau dir mal ganz präzise die Rückseite an. Das ist der halbblaue Reiter mit der Herz 3 im Maul. Der blaue Reiter. Der kleine Herz 3. Hat er schön gemacht, oder? Ja. Darf ich dir mal eine Frage stellen? Mach mal. Du hast mir jetzt hier einen von den Kandinsky erzählt. Ja. Pass auf. Ich hab noch etwa...